Das ist richtig. Richtig. Das stimmt. Richtig. Ja, ist richtig. Wir investieren auslässig unser eigenes Geld. Und deswegen überlegt man sich es natürlich ganz genau, in was man investiert und wie viel man investiert. Weil man möchte natürlich auch als Investor früher oder später sein Geld wieder zurückbekommen. Denn wir wollen natürlich, wenn wir investieren und überzeugt sind, dass die Gründerinnen und Gründer und das Startup gut sind, unser Geld gerne investieren. Leute, die mit Other People's Money, also mit dem Geld anderer Leute operieren, die tun sich da etwas leichter. Ja, das schmerzt ja nicht so sehr, wenn man es verliert. Insofern, ich habe ja schon viele Deals gemacht. Sieht man ja, eine Tasche ist schon leer. Vielleicht habe ich in einer anderen noch was drin für die nächste Staffel.